Ich bin die Lena und ich mache die Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. In meiner Ausbildung lerne ich nicht nur, wie ich Events theoretisch plane, sondern auch, wie ich sie in der Praxis als Projektleitung durchführe. In der Lange AG lernt man als Veranstaltungskauffrau einen Incentive-Reisen zu organisieren und zu planen. Und dies geschieht meistens für Kunden aus der Vermietung und dem Verkauf. Ja, sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich bin Marc. In meiner Ausbildung lerne ich Kosten zu kalkulieren, Events zu konzeptionieren und Abläufe bzw. Regiepläne zu erstellen. In meiner Ausbildung bei der Lange AG lerne ich, dass man gemeinsam jede noch so große Challenge begreift bekommt. In meiner Ausbildung macht mir ein besonderer Spaß, dass ich viel Kontakt mit Kunden habe und ich ihnen mit unseren Incentive-Reisen ein besonderes Erlebnis bereiten kann. Ich lerne in der Ausbildung bei der Lange AG, die spezifischen Kundenwünsche bezüglich der verschiedenen Präsentationstechniken umzusetzen. In der Ausbildung bei der Lange AG rotieren wir durch alle kaufmännischen Abteilungen und erhalten dadurch einen guten Einblick in alle Bereiche. In der Lange AG plane ich nicht nur Veranstaltungen, sondern arbeite auch aktiv im Tagesgeschäft, sprich der Vermietung und dem Verkauf mit. In meiner Ausbildung lerne ich, wie man bei jeder Veranstaltung alle noch so kleinen Details beachtet, damit das Event ein voller Erfolg wird. In meiner Ausbildung gefällt mir, dass es eine kaufmännische Ausbildung ist, bei der man nicht den ganzen Tag vom Computer sitzt.